Herzlich Willkommen zu Citgo's Worst News. Hier gibt es das wöchentliche Update rund um das Thema Star Citizen. Die Alpha 3.10 ist ja mittlerweile live gegangen und ist wirklich ein richtig cooler Patch. Anfang letzter Woche kam dann ein PTU raus, die 3.10.1 und die soll einfach noch ein paar mehr Verbesserungen für die 3.10 bringen und ich muss sagen, das läuft bis jetzt ganz gut. Wann das Ding live geht, müssen wir dann mal schauen. Was gab es diese Woche noch? Wir sprechen über den Concept Sale der Esperia Talon, der am Mittwoch rauskam. Dann gab es eine Info zur Concierge Summer Merch & More, da schauen wir kurz rein. Die Subscriber Promotions für August 2050 sind nun raus. Dann gab es natürlich wieder ein Inside Star Citizen sowie ein Star Citizen Live, wo wir auch kurz reinschauen werden und ganz zum Schluss gibt es dann noch das Update zur Roadmap. Los geht es mit dem Concept Sale der Teverein Talon von Esperia. Und zwar kam dieser am Mittwochabend, ganz spontan. Ich saß hier und auf einmal flups war das Ding draußen. Richtig cool. Na, haben sie wieder einen rausgehauen von Cloud Imperium Games, die Jungs und Mädels. Strike hard and fade away, das ist das Motto dieses leichten Fighters und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Ding genauer an. Denn auf den ersten Blick, es gibt zwei Varianten, so viel kann ich schon mal sagen, aber auf den ersten Blick hat man eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Hier die Shrike und hier einmal die Talon als normale Variante. Das einzige was ist hier der Flügel. Der ist hier in der Variante ein bisschen lilafarben und hier ist er dann halt grün. Beides so ein bisschen transparent. Im Ganzen haben wir hier so eine Art Flipflop-Lack drauf. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und wir erkennen natürlich den Style Guide von den Teverein. Die Prawler, wenn ihr sie kennt, das erkennt man auf jeden Fall wieder. Gerade hier im Cockpit-Bereich sieht schon ziemlich cool aus. Aber was ist jetzt der Unterschied, der wesentliche Unterschied? Und zwar liegt dieser in der Bewaffnung. Wir haben hier bei der Talon, haben wir zweimal Size 3 Ballistik-Cannons an den Flügeln, gegimbled allerdings. Das heißt, der Hardpoint ist Size 4, ja. Dann haben wir noch zweimal Size 2 Teverein Missiles. Und hier wird auch noch mal richtig betont, dass es wirklich Teverein-Waffen sind. Im Grunde, also grundsätzlich hat Esperia hier auch betont, dass sie darauf geachtet haben, die Original- oder die Original-Stats, die Maße und die ganzen Materialien und Waffen, alles so zu belassen, wie sie sind. Sie haben nur feine Veränderungen durchgenommen, um es dann halt für den Menschen fliegbar zu machen. Und das ist ihnen auf jeden Fall, denke ich mal, gelungen. Wir haben ja auch bei der Prawler auch so diese Panzerung. Das kennen wir ja, ist ja von den Terrien sehr, sehr gut gepanzert, die ganzen Schiffe. Das wird hier auf jeden Fall auch so sein. Dann haben wir auf jeden Fall noch die andere Variante, die, äh, kommt halt anstelle, Stelle von Waffen, also oder besser gesagt Geschützen, kommt die mit Raketen daher. Und zwar haben wir hier zweimal Size 1 bei Lisciscannings. Das ist jetzt nicht unbedingt dolle, ne, aber wir kommen zwölf Size 3 Teverein Missiles dazu. Und das ist doch auch schon mal gut. Und wer jetzt denkt so, ha, ja, die ganze Bewaffnung, das ist natürlich nicht, nicht so doll, ne, und, ähm, aber wenn wir jetzt mal an die Bano Defender denken zum Beispiel, ja, die hat, ist jetzt auch nicht unbedingt, die hat nicht unbedingt die große Size, aber die Waffen an sich sind extrem stark, ne, und das kann hier natürlich auch so sein, bei dem Schiff. So, müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, grundsätzlich kommt dieses Schiff, allerdings ist ja jetzt ein Concept Sale, es ist jetzt für Ende des Jahres versprochen, Dezember soll es denn erscheinen, ob das passiert, müssen wir einfach mal abwarten, ne, schauen wir mal. So, ich werde auf jeden Fall, ich habe mir das Ding besorgt, natürlich, ne, logischerweise, ich will euch das ja zeigen und, äh, dann werde ich das auf jeden Fall tun, sobald das Ding dann raus ist. Hier bekommen wir noch ein paar Bilder und hier wird auch noch mal klar, was dieses Schiff eigentlich für einen Einsatz hat und zwar in Massen rein, ballern, weg, ne, das ist so der Haupteinsatz, alleine irgendwas reißen und dann groß, das, na, müssen wir einfach mal gucken, wie es dann letztendlich funktioniert. Aber ich glaube, so, so soll es funktionieren. Dann sehen wir hier natürlich das legendäre Design von den Teverein, das hatte ich ja gerade schon gesagt, der Style-Guard sehr, sehr gut getroffen, richtig cool gewordene Teil. So, man zuppelt ein bisschen hier. Ähm, dann natürlich hier die Schilde, die Panzerung, ne, auch richtig cool bei dem Schiff und wir haben hier vorne ein Escape-Pod. Wie das Ding dann letztendlich funktioniert, ob das dann noch einzeln steuerbar ist, wie zum Beispiel dieses, äh, Beischiff von der Caterpillar. Das weiß ich nicht. Oder ob das einfach nur rausschießen und dann ab ins All und man muss sich dann irgendwo auflesen lassen. Schauen wir mal. Ne, ich denke mal, aber das wird zum Ende des Jahres noch nicht kommen, denn dafür wird das Ship-to-Ship-Docking nötig sein. Aber ich irre mich gern. Ne, müssen wir einfach mal abwarten. Genau, dann kommen wir hier unten noch zu ein paar Bildern. Die sausen hier durch und hier sehen wir auch noch mal richtig cool. Hier diese, diese Flügelform, die hier hinten, wie das hier, ist schon toll, ne. Hat schon fast so ein bisschen was von einem Insekt, finde ich. So ein Vogelinsekt. Ne, die Teverein, ihr wisst ja, das ist ja auch ein Vögelfölkchen, ne, deswegen, ähm, passt das auch echt ganz gut. Hier auch nochmal der Größenvergleich, denn so groß ist das Ding nämlich gar nicht. Ne, man sieht das auf den anderen Bildern, denkt so, ui, so, es ist halt ein Ein-Personen-Leichter-Fighter. So, das ist, ja, passt auch, ne. Genau, hier wie gesagt ein paar Bilder. Hier nochmal das Absprengen. Ne, hier so der, ne, ich kann mir das schon cool vorstellen, wenn da so, so ein paar Vögel dann vom Himmel kommen. Ja, ist schon cool aus. Genau, dann gibt es natürlich noch eine Broschüre. Hier könnt ihr auch nochmal reingucken. Da gibt es noch ein paar Stats. Da gibt es noch Größe, Breite, Höhe, äh, Gewicht, Standard Cargo-Units. Ich glaube, die hat gar keine. Aber guckt hier ruhig mal rein, wenn euch dafür interessiert. Blättert da euch mal durch. Und dann kommen wir hier zu dem wesentlichen Teil. Und zwar, als allererstes sehen wir, es gibt jetzt nicht nur den Vogelhelm, sondern es gibt auch eine Vogelrüstungsset. Das ist jetzt neu dazugekommen. Wann der allerdings released wird, kann ich euch nicht sagen. Ob der jetzt mit der 3.10.11 reinkommt oder ob der jetzt zum nächsten Hauptpatch reinkommt oder erst mit dem Release dieses Schiffes. Das müssen wir einfach mal abwarten. Den Vogelhelm, den gibt es ja schon. Den gab es ja mit der Prawler schon dazu. Aber jetzt gibt es das Amor-Set und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Entwickler haben auch gesagt, im Spektrum, dass es dieses Set, ich weiß nicht, ob jetzt in dem Farbspektrum, in dem CMF, auf jeden Fall gibt es dieses Set auch in-game zu kaufen. Das wird es irgendwann geben. Das auf jeden Fall. Also ihr müsst jetzt hier nicht zuschlagen, nur um dieses Rüstungsset zu bekommen. Ob es denn die Farbe ist, das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Wenn ich jetzt Chris Roberts wäre, würde ich jetzt zu dem Schiff wirklich nur dieses Farbset geben und dann später in-game gibt es zwar die Rüstung, aber in anderen Farben. So würde ich es wahrscheinlich machen. Aber, ne, keine Ahnung. So, und dann kommen wir auch schon zu den Standalone-Varianten, die ihr jetzt plätschen könnt. Einmal zwei Warbound-Editionen. Die Talon als Standard-Edition. Gehen wir mal kurz rein. Für 95 Euro. Ihr bekommt die Talon. Hier könnt ihr auch nochmal das Ship-Page nochmal so ein bisschen genauer angucken. Dann gibt es eine lebenslange Versicherung, einen VFG-Industrial-Hangar, den Helm und die Amor. Ich bin mal gespannt, wo das irgendwann mal mit den Hangarn hinführt. Ich meine, der ist immer dabei. Ja, mittlerweile hat man wahrscheinlich auch schon jeden Hangar. Der soll ja mal irgendwann ins Spiel kommen. Ich bin echt mal gespannt, wann das passiert. Letztendlich, oder besser gesagt momentan, ist das ganze Hangar-Modul, wo man reingehen kann, bevor man jetzt ins Worst geht, gerade echt nicht zu gebrauchen. Also, es ist absolut buggy. Die ganzen Schiffe, die man ruft, kommen immer mit dem Schadensmodell. Also, im Moment kannst du das komplett in der Pfeife rauchen. Aber, mal gucken. Es wird auf jeden Fall immer noch mitverkauft. Ja, schauen wir mal. Wenn ihr da irgendwie Informationen habt zu, wie das jetzt in Zukunft kommen soll, oder was da der Plan ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Genau, dann haben wir natürlich noch die Shrike als Warbound-Edition. Genau das gleiche, gleicher Inhalt, lebenslange Versicherung, Hangar, Helm und Amor. Wunderbar, richtig cool. 95 Euro, kann man nicht meckern. Wird übrigens hundertprozentig mit dem Release teurer werden, denke ich mal. Ich würde schätzen so vielleicht 20, 30 Euro teurer. So, um den Daumen gepellt. Dann gibt es das Ganze noch als hier Standardvariante ohne Warbound. Und das könnt ihr dann mit Store Credits bezahlen. Und das müsst ihr mit Echtgeld bezahlen. Diese Store Credit-Geschichte, jetzt denkt ihr, pass auf hier, ne, natürlich ohne Amor. Logischerweise, die lassen sich ja nicht lumpen, ne. Wollen ja hier was Besonderes zu machen. Und deswegen glaube ich, dass wenn es Ingame gibt zu kaufen, dann wird es ein anderes Farbschema geben. Weil sonst wäre das ja auch irgendwie, weiß ich auch nicht, wäre das ja irgendwie komisch. Aber man steckt nicht drin, man weiß es nicht. Dann gibt es noch Ship-Pakete. Hier auch wieder die Warbound-Version des Twin Packs. Hier habt ihr dann beide Schiffe drinnen. Noch kurz rein. Hier beide Schiffe und auch lebenslange Versicherung auf beide. Amor, alles wie gehabt, für 179,45. Das, wenn ihr jetzt ein Mega-Fan seid und wollt sie beide haben, eine Flotte von Vögeln aufmachen, dann ist das wahrscheinlich schon die richtige Möglichkeit. Dann gibt es noch das Bird of Prey Warbound-Paket für 707,25 Euro. Hier habt ihr dann alle Schiffe drinnen. Also hier die Nox-Q ist da drinnen. Ja, dann die Anvil-Hawk ist jetzt kein Alien-Schiff. Aber es hat einen Vogel, deswegen wahrscheinlich die Prawler. Und diese beiden Schiffe ebenfalls lebenslange Versicherung. Und Amor Set, Helm und Hangar. So, dann kommen wir zu einem besonderen Paket, das nur für Concierge-Members kaufbar ist. Und zwar dieses Shermans Club. Das sieht ihr immer in diesem Shermans Club-Logo. Wenn ihr irgendwann mal 700 Euro, glaube ich, müssten das sein, 1000 Dollar, irgendwie sowas um den Dreh, ausgegeben habt, geplätscht habt an Cloud Imperium Games, dann seid ihr irgendwann Members hier im Shermans Club. Und dann könnt ihr auf diese Pakete zugreifen. Das hat so seine Vorteile, muss ich sagen. Denn ihr habt dann eh schon eine Menge Geld ausgegeben. Ja, und das heißt, ihr könnt letztendlich euch eure Schiffe einschmelzen und wiederholen mit einer lebenslangen Versicherung. Ich zeige euch das gleich. Das Paket ist auf jeden Fall Warbound. Das müsst ihr mit Echtgeld bezahlen. Wir gehen da mal kurz rein. Und hier habt ihr für alle Alien-Fans wirklich alles dabei. Es sind jetzt keine Vendul-Schiffe dabei, aber sonst ist hier wirklich alles dabei, was Kranken und Narben hat. Sogar eine Merchantman ist dabei. Eine Santo Kai, die müsste ja auch irgendwann mal bald kommen. Das ist ein Konzept aus dem letzten Jahr noch. Ja, auch mit lebenslangen Versicherungen. Rüstungsset für 2.005,64 Euro. Wer es mag, zuschlagen. Müsst ihr auch immer mal gucken. Habt ihr schon viele Schiffe davon, dann schmelzt die ein. Jetzt nicht hier. Da müsst ihr natürlich mit Echtgeld bezahlen. Aber da komme ich gleich noch zu. Denn die Shermans Club Members, die haben einen großen Vorteil. So, hier haben wir das Ganze nochmal mit Nicht-Warbound, also mit Store Credits. Ihr könnt übrigens auch diese beiden Schiffe upgraden. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Allerdings dann auch ohne lebenslange Versicherung. Außer ihr gradet natürlich von einem Schiff, was LTE hat ab. Dann habt ihr natürlich die Versicherung übernommen. Dann gibt es noch das Bird of Prey Paket, das, was wir hier vorne auch hatten. Ebenfalls auch mit 6 Monaten Versicherung auf alle Schiffe. Und die Arm des Amos Head ist auch nicht dabei. So, und jetzt komme ich zum Vorteil der Concierge-Mitglieder. Hier habt ihr jetzt ein Pack, das gleiche wie hier. Da zahlt ihr ungefähr 270 Euro mehr. Könnt das Ganze aber mit Store Credits bezahlen. So, und wer jetzt denkt, das ist aber doof, da habe ich ja keine 6 Monate Versicherung. Ja, nix. Da gibt es nämlich auch lebenslange Versicherung drauf. Und das Amos Head. Und das ist der Vorteil von Concierge-Members. Und da gibt es noch viel mehr Pakete, die total interessant sind. Das zeige ich euch aber gleich im nächsten Beitrag. Da gehen wir eh nochmal rein. Da gibt es noch ein paar andere Neuigkeiten. So, und dann haben wir hier unten noch den Helm. Ne, den gibt es nochmal einzeln zu kaufen. Den gibt es aber zur Zeit sowieso zu kaufen. Im, ähm, hier sagt schnell, im, ja, in diesem Store, ne, für so Schnickstack. Und das Rüstungsset gibt es aber nicht. Ne, das wird wahrscheinlich eventuell später dazukommen. Das müssen wir einfach mal abwarten. Ne, das ist, ja, schauen wir mal. Ne, Freunde, die Esperia Talon, ähm, wenn ihr, so, jetzt hängt der hier so ein bisschen rum, ne, immer so. Ähm, ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ding findet. Also, ich muss sagen, ganz persönlich, ich sehe das ja immer so aus zwei, äh, Brillen, ne. Ich bin ja selbst auch Produktdesigner, äh, im Real Life. Und ich sehe das natürlich immer so aus, äh, Design-Aspektgründen, dass man sagt, man hat einen Design-Style-Guide und man hat, ähm, praktisch eine Rasse und dieses ganze Setup rundet sich ab. Und da muss ich sagen, tiptop eins plus. Ja, wirklich gut abgeliefert, mega geil. Und dann gibt's natürlich immer noch den persönlichen Geschmack, ne, wo man sagt, was ist jetzt für mich persönlich cool, so. Und da muss ich sagen, ja, geht. Ist nicht ganz so meins. Aber es ist einfach so dieses, äh, viel zu filigran, dieses fässerige, das ist mein persönliches Ding, ist es nicht. Ich bin eher so der Industrie-Typ, so. Aber trotzdem tolles Ding, ne, aus Design-Richtlinien. Freunde, wir gehen zum nächsten Thema, würde ich sagen. Und zwar kamen ebenfalls am Mittwoch Neuigkeiten für die Concierge-Members rein. Der Concierge-Summer-Merch-and-more-is-here-Artikel. Der wurde bereits vor drei, vier Wochen durch eine E-Mail von Sandy Gardner angekündigt. Die hat geschrieben, pass auf, liebe Concierge-Members, ihr bekommt bald neue Sachen. So, und die sind jetzt am Mittwoch reingekommen. Gucken wir uns das mal an. Was gibt's hier? Hier gibt's so ein Bild vom Million High Club. Ich weiß gar nicht, warum der hier ist, denn eigentlich ist das, hat das mit Concierge nicht unbedingt was zu tun. Das ist eher, glaube ich, von einem Referral-Code abhängig. Also, wenn einer so und so oft euren Referral-Code benutzt hat, dann habt ihr hier Eingang. Äh, keine Ahnung. Ne, vielleicht ist auch einfach nur ein schönes Bild. So, und dann gibt es einen Soundtrack von Pedro, äh, Camacho. Den könnt ihr euch runterladen, wenn ihr Concierge-Members rein. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, es sind nur zwei Lieder. Die sind zwar mega geil, aber, äh, sind halt, wie gesagt, nur zwei Lieder. Ne, das ist halt nicht wirklich ein Soundtrack. So, und dann gibt es neue Real-Life-Merch, den ihr euch jetzt besorgen könnt. Da gehen wir gleich noch rein, die gucken wir uns noch an genauer, auch die Preise dazu. Hier wird das auch so ein bisschen beschrieben, ne. Hier so ein Poloshirt, eine Tasche, so ein Notizheft, einen Stift und einen Schlüsselanhänger. Ne, immer mit diesem Logo hier. Genau, und dann gibt's hier noch eine Info zum, äh, das ist jetzt natürlich schon längst vorbei. Am Mittwoch war das wichtig, die Info, denn hier steht, dass die Concierge, äh, 24 Stunden Early Bird, ne, Bird wohl bemerkt, Promotion Zugriff auf dieses Schiff hatten. Also, die Concierge konnten 24 Stunden eher dieses Schiff kaufen, ne, und dann erst alle anderen später, dann einen Tag später. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, in dem Fall verstehe ich's nicht. Also, ich meine, wenn das Schiff jetzt schon Flight-Ready gewesen wäre und man hätte jetzt 24 Stunden eher sich das Schiff schon mal angucken können, dann hätte ich gesagt, ja, okay, so, ja. Aber so ist ja jetzt kein Vor- und Nachteil. Die Preise sind gleich geblieben, alles ist gleich geblieben. Hat sich nichts verändert, deswegen hab ich's nicht so ganz verstanden, ne. Es gibt so einige Sachen. Zum Beispiel gibt es, wenn du, wenn ihr fliegt am Flug, oder wenn ihr, ja, wenn ihr einen Flug bucht, ja, dann gibt's die Möglichkeit, dass ihr so einen Fast-Track-Pass euch kaufen könnt. Dann kommt ihr zuerst ins Flugzeug, ja. Da zahlt ihr dann so 200 Euro mehr. Versteh ich auch nicht. Ich meine, da kommt doch eh jeder ins Flugzeug. Und den Platz gibt's ja auch schon. Ist ja nicht so, dass man sich um den Platz, ja, irgendwie kämpfen muss. Also, ja, ich hab keine Ahnung. Manchmal, hm, 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 gut. Aber gut, muss ja hier sehr wissen. Ich würd sagen, wir gehen mal in den Concierge-Bereich und gucken uns mal diese Sachen hier an. Und zwar gibt es als allererstes diesen wunderschönen Schlüsselanhänger für 17,10 Euro. Ja, das ist schon ein Schnapper, ne, für echt Gold. Ist ja wohl der Hammer. Dann gibt es hier ein Polo-Shirt, eine Tasche, die so ein bisschen kunstlederig aussieht, so glänzt ein bisschen. Dann gibt's hier dieses Paket von eben, von dem Schiff, also von diesem Pack, von diesem Alien-Pack, als Warband- und als Nicht-Warband-Variante. Dann das Journal und einen Stift. So, und hier kommen dann immer noch andere Pakete. Ach, den Hut gibt's übrigens auch noch, ne. Und hier gibt's noch weitere Pakete, die ihr euch unbedingt mal ansehen solltet, wenn ihr dann irgendwann Concierge-Members seid. Denn die haben schon einige Vorteile. Wir gehen hier mal beispielsweise in dieses Con-Escort-Pack hier rein. So. Und dann seht ihr, hier sind viele Schiffe drin, die man fast eigentlich schon hat oder haben will. Ja, die Hammerhead, ein geiles Schiff. Saber, super, Defender geil. Super Hornet, Gladius, Terrapin. Wenn ihr diese Schiffe habt und irgendwo ein Concierge-Member seid, schmelzt die ein und holt euch dieses Paket mit Store-Credits. Denn das könnt ihr machen. Und der Riesenvorteil ist Lifetime-Insurance. Auf alle Pakete hier im Concierge-Bereich gibt es eine lebenslange Versicherung. Und das ist auf jeden Fall mega geil. Und ihr habt sogar ein, ähm, ein Starter-Paket hier mit dabei. Ne, das heißt, ihr könnt euer Original-Starter-Paket einschmelzen und müsst dann aber dieses hier kaufen. Denn ihr braucht unbedingt mindestens ein Starter-Paket, um Star Citizen zu zocken. Dann kamen letzte Woche noch die Subscriber-Promotions für August 2950 rein. Und zwar gibt es ja diesen Monat diesen wunderschönen Ritterhelm. Nein, das ist ein Kopfgeldjäger-Helm. Die Palatine, ja, das sind Kopfgeldjäger. Zum Beispiel, Garner sagt, auch ihn erinnert das total an Boba Fett, ja, mit dem Schlitz. Ähm, ja, so sind Geschmäcker sind halt verschieden. Ne, so ist das nun mal. Ob es da jetzt ein wirklich ganzes Rüstungsset zu geben wird, das kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen. Das ist noch nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht gibt. Denn hier steht, das Ding hier passt perfekt. So ORC MKX oder 10 Variante von Armor Sets. Die es ja schon bereits im ganzen Stanton-System zu kaufen gibt. Zum Beispiel gibt es hier eine Iceborne-Variante und da passt so wunderbar dieser Helm zu. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte ja diese, ähm, wie hießen die nochmal? Ich weiß gar nicht, ich habe schon einen Namen vergessen. Diese Rüstung, die ich im PTU hatte mit diesem Orange, irgendwas mit Fire. Auf jeden Fall die. Das ist diese Rüstung, ja, diese ORC MKX-Geschichte. Und denkt mal, dieses Fire-Ding würde auch richtig geil hier zu passen, sehe ich gerade. Naja, wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Letzten Monat gab es ja die Lightning Bolt Company-Varianten, die Sniper und die Handfeuerwaffe. Und somit sind wir jetzt auch schon gut gewappnet, um als Kopfgeldjäger im Wörz unterwegs zu sein, würde ich mal sagen. Das ganze Rüstungsset wird praktisch bei 30% liegen, also mittlere Armor, nicht 40%. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Viele wollen ja eh nicht so auf 40%, weil dann bewegt man sich sehr langsam. Also vielen kommt das wahrscheinlich auch entgegen, ne. Genau, hier ist die Verteilung an die Subscriber. Alle mit dem Centurion-Level, also die um die 10 Dollar im Monat ungefähr ein CIG spenden, bekommen diesen Helm. Und diese Silber-Schwarz-Variante obendrauf, die den Imperator-Level erreicht haben, also die noch 10 Euro mehr spenden, bekommen dann zusätzlich noch diese Variante, die hier wunderbar zu Iceborne passt, ne. Und diese Variante gibt es dann zusätzlich noch zu kaufen im Subscriber-Exclusive-Store. Aber erst mit der 3.10.11. Normalerweise sollte es den eigentlich schon mit der 3.10 geben, allerdings hatte CIG noch einen kleinen, ja, wie sagt man, Anzeigefehler. Ja, deswegen mussten sie den halt leider verschieben, aber so ist das normal. Wenn ihr noch bis zum 17. August subscribt, dann bekommt ihr diesen Helm auf jeden Fall noch umme oben drauf. Hier sehen wir das Schiff des Monats für diesen Monat, das ist die Saber. Allerdings habe ich einen kleinen Fehler, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, auf jeden Fall, ich besitze eine Saber, aber ich habe jetzt nicht noch eine zusätzliche Saber, also ich habe nur eine. Kann natürlich sein, dass das jetzt so ist, dass man dieses Schiff des Monats nicht bekommt, wenn man es schon hat, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob ihr eine Saber besitzt und noch eine zusätzliche bekommen habt oder ob die bei euch auch fehlt. Letzten Monat war die Mantis das Subscriberschiff, das gibt es jetzt mit exklusiven Hangar Flares zu kaufen oder upzugraden im Hangar. Da gibt es natürlich noch den Merchandising Shop hier, Beispiel schöne Tassen, da gibt es noch ein Mauspad und so weiter, T-Shirts, müsst ihr mal reingucken, allerdings müsst ihr dafür auch Subscriber sein. Und hier unten gibt es dann den Subscriber Store, wo ihr dann alle Sachen, die es mal gab, noch erwerben könnt mit Echtgeld. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt neues, frisches Geld bezahlen, ihr könnt das auch mit Store Credits bezahlen. Allerdings könnt ihr es dann nicht giften. Ja, wenn ihr es zum Beispiel für einen Freund besorgt, wo ihr sagt, hier komm, der ist kein Subscriber, dem will ich aber mal eine Überraschung machen mit diesem wunderschönen Sniper, dann müsst ihr das mit Echtgeld bezahlen, sonst geht das nicht. Natürlich gab es diese Woche wieder auch eine Episode Inside Star Citizen mit dem Titel Featherweight, was so viel wie Leichtgewicht heißt, glaube ich, oder Federgewicht oder sowas in der Art. Und passend zum Mittwoch veröffentlichten Concept Sale von Esperia wurde uns natürlich hier die Talon oder Talon präsentiert. Das ist ja immer so eine Frage, ob man das Deutsch oder Englisch aus spricht. Hier erzählen uns die verschiedenen Entwickler, was sie besonders gelungen an diesem Konzept finden und worauf sie besonders stolz sind. Und das können sie auf jeden Fall auch sein. Das ist echt ein richtig cooles Ding geworden. Ein vogelartiges Design passt zum Volk der Tevereen mit einer einzigartigen Farbgebung, ähnlich wie Flip-Flop-Lack, ja, so sieht es zumindest aus, erzählt uns hier Paul Jones. Ein leichter Fighter, sehr schnell, am besten im Squat zuschlagen und abhauen. Schön verdünnisieren, das ist ein Ding reinfallen, ballern, weg. Gar nicht lange aufhalten und ja, ihr wisst, was ich meine. Mehr Neuigkeiten als Ergänzung zum Bericht über den Concept Sale gab es jetzt hier an der Stelle eigentlich nicht, alles gesagt. Im zweiten Thema ging es ausschließlich um Motion Capturing, also eine Aufnahmemethode, um In-Game-Charaktere realistische Animationen zu verpassen. Insgesamt bekommen die Figuren einen echten Bewegungsablauf und wirken nicht so künstlich. Wenn man es gut macht, ne, man kann es natürlich auch schlecht machen. Das wird letztendlich natürlich nicht nur wichtig für Star Citizen, sondern auch für Squadron 42, also hauptsächlich Squadron 42 im Moment. Das wird ja dann alles auch bei Star Citizen übernommen. Sorry, war das jemand anderes, die ich hörte, um all die Diags zu erinnern, zu erinnern, dass ich die letzten Szenen erinnern habe? Ja, okay, ich habe auch nicht das Beste gewesen, aber Komplänen ist eine Sache. Anfangs wird uns hier eine Szene gezeigt, die dann noch in der Arbeit ist und am Ende wird uns dann ein kleiner Ausschnitt von Squadron 42 präsentiert. Die whole scene ist believable, am Anfang, am Anfang und am Ende zu erinnern. Und mehr war jetzt auch in dieser Episode gar nicht rauszuholen. Und deswegen gehen wir mal zum nächsten Thema über. Thanks. Do you think it's weird how much we still use all these water analogies in the Navy? All the time. Hey, look who it is. Hi, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live. Effective visuals. I'm your host. Als nächstes schauen wir uns an, was bei Star Citizen Live diese Woche los war. Der Titel war Effective Visuals und darum sollte es auch gehen. Jared Huckabee hatte drei interessante Gäste in der Sendung. Einmal Leo oben links, unter anderem verantwortlich für die Thruster-Output-Effekte und das Feuer, was wir jetzt ja auch schon des öfteren Mal in den Sprint-Reports gesehen haben. Dann oben rechts ist der Mike. Der sagte nur, er ist VFX-Director, also Special Effects-Director bei CIG. Oder FX wird das, glaube ich, ausgesprochen. Nicht VFX. Ah ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und unten links ist dann noch der Theo. Der arbeitet zusammen mit dem Leo. Der Theo und der Leo, ja, sind verantwortlich beide für die Atmosphäre-Eintritte, zum Beispiel die neuen, die wir jetzt, dieses Feuer, ne, dann Wolken und Rauch, das ist so deren Aufgabe. War auf jeden Fall eine richtig coole, interessante Sendung. Hier wurden vorab zum Thema Visual Effects im Spektrum Fragen gesammelt und es durften natürlich wie immer auch weitere Fragen live im Chat gestellt werden. Ist ja immer so. Aber halt auch immer zu dem Thema. Das sagt Jared Huckabee hier auch am Anfang immer, denn es kommen dann doch immer Fragen wie, wann kommt denn jetzt das Gordon-42-Trailer? Ne, das wissen die Jungs halt nicht. Ja, wahrscheinlich wissen sie es schon, aber darum geht es halt nicht. Im Laufe der Sendung wurden dann auch noch anhand einer 600i das Voxel-System noch etwas genauer erklärt, wie hier sich Feuer ausbreitet und sich Gegenstände entzünden. Und das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr geil und interessant. Wer sich für Special Effects interessiert, sollte sich diese Sendung unbedingt auf jeden Fall nochmal ansehen. Die Jungs, die fackeln hier die komplette 600i ab. Kommen wir zu guter Letzt zur Roadmap vom 14. August 2020. Und wir klappen erstmal die 3.10 zu, denn die brauchen wir nicht mehr. Wir gehen mal in die 3.11 und gucken uns mal an, was sich hier nun verändert hat. Aber ich kann euch schon mal sagen, so viel ist es nicht. Die Space Station Cargo Decks liegen jetzt bei 39 von 50 Tasks. Die haben ein bisschen Entwicklungen erfahren. Die sind auf beiden Seiten so ein bisschen hochgeschnellt. Waren letzte Woche noch bei 34 von 74. Da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Das ist schon mal gut. Das klappt mal wieder zu. Die Künstliche Intelligenz und weg. Da ist gar nichts. Das wird hier so ein Evergreen wird das. Dann haben wir Gameplay. Improved Throwing. Das Werfen von Gegenständen. Hier in dem Fall einer Granate. Liegt bei 46 von 61 Tasks. Ist auch ein bisschen auf beiden Seiten hochgeschnellt. Letzte Woche noch bei 42 von 49 Tasks. Auch hier die Elevator Panels haben ein paar Tasks dazu bekommen. Die waren letzte Woche noch bei 0 von 3 und haben jetzt 0 von 11. Erstmal so ein bisschen Papier auf den Stapel gelegt. Dann haben wir hier noch die Missile Operator Modes. Die sind weiterhin auf Planung. Auch Death Animation Improvements weiterhin bei 0 von 5 Aufgaben. Und das Law System V2 Surrender bei 7 von 14. Ich hoffe, das muss fertig werden. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Da freue ich mich total drauf. Gerade im Zuge von Bounty Hunting wird das wirklich richtig cool. Weiter geht es mit Chips & Vehicles. Auch hier ist nur die Origin 100i ein bisschen in Entwicklung. 24 von 35 Tasks. Letzte Woche noch 20 von 35. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Die anderen Modelle sind erstmal geblieben bei 3 von 25. Und auch die Mercury Star Runner steht weiterhin bei 45 von 115 Aufgaben. Weapon & Items. Hier kam ja letzte Woche die Bering BR2 Ballistic Shotgun dazu. Die hat auch einen weiteren Punkt dazubekommen. 5 von 7 steht sie jetzt. Und der Bering GP33 Granat Launcher steht weiterhin bei 20 von 30. Kommen wir zu Core Tech. Hier haben wir die Blumenwiese. Oder das ist ja gerne ein Ententeich. Der steht weiterhin auf Planung. Und auch die Server-to-Client-Actor-Network-Reworks stehen ebenfalls weiterhin bei 1 von 3. Gucken wir kurz in die 3.12. Hier hat sich aber auch nicht wirklich viel getan. Charakter. Die mysteriöse Armor. Die liegt immer noch bei 1 von 7. Wie auch in der letzten Woche. Die Space Station Refinery Decks sind auch immer noch bei 30 von 49. Da hat sich auch nichts getan. Dann haben wir hier dieses Gameplay. Die Station Base Refining. Das hat sich ein bisschen entwickelt. Das steht jetzt bei 41 von 63. Das stand letzte Woche noch bei 39 von 60. Also auch vorne und hinten ein bisschen was dazugekommen. Und das ist hier so ein kleiner Problembatzen hier wahrscheinlich. Der ist jetzt bei 3 von 5. Der war mal gepolished. Letzte Woche stand er bei 4 von 5. Und jetzt steht er bei 3. Irgendwann steht da Planung wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da los ist. Objekte ziehen und drücken steht weiterhin bei 0 von 5. Wie gehabt, da hat sich auch noch nichts getan. Und hier bei Schiffe und Vehikel haben wir jetzt die beiden Neuankömmlinge von Esperia bekommen. Die Talon oder Talon und die Talon Shrike. Die sind jetzt hier. Sind auch beide schon bei 12 von 26 Aufgaben. Ich denke mal, das wird aber noch anwachsen. Für ein Schiff ist das doch relativ wenig. Aber vielleicht ist ja auch im Vorfeld schon viel passiert. Ich meine, wir haben ja in der Demo auch gesehen, da sind die ja auch schon rumgeflogen. Und das sah ja auch schon gut aus. Also ja, müssen wir einfach mal abwarten. Das soll auf jeden Fall Quartal 4 2020 kommen. Ja, schauen wir mal. Und zum Schluss haben wir noch Weapons & Items. Das Multitool Tractor Beam Teil. Das steht bei 0 von 13. Da hat sich auch noch nichts weiter getan. Freunde, das soll es für diese Woche gewesen sein. Morgen erscheint dann der zweite Teil der Lektion. Diesmal gehen wir auf die Seite von Norbert Space Industries und ich zeige euch so ein bisschen, wie ihr euch einen Account erstellt und wie ihr euch ein erstes Spielepaket holt. Das wird nicht für jeden interessant sein, aber schaut mal rein. Vielleicht ist ja doch die eine oder andere Information da, die ihr noch nicht wusstet. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne genauso toll wie bei mir. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, tschüss. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund.